Musik Wir sind die Kappermatur. Ich bin der Quirin, ich bin 14 Jahre alt, seit 10 Jahren spiele ich steirische Harmonika, seit 6 Jahren unterrichte mich mein Lehrer, der Hubert Klausner im Zillertal. Ich mache unter anderem bei mehreren Meisterschaften mit. Letztes Jahr habe ich in der deutschen Meisterschaft mitgemacht und habe in meiner Alterskategorie einen dritten Platz geschaffen. Ich bin der Magnus, bin 10 Jahre alt, lerne seit 3 Jahren beim Hubert Klausner im Zillertal Steirische Harmonika. Lerne nie bei Tenorhahn und Pauke. Ich mache unter anderem auch bei Meisterschaften mit. Und habe letztes Jahr in meiner Alterskategorie einen zweiten Platz geholt. Auf das Teirischen. Wir spielen zur Zeit volkstumliche Musik und Volksmusik von verschiedenen Gruppen. Und wir machen auch selber welche Komponenten zur Zeit. Die werden die nächste Zeit auf unser Album aufgekommen. Das wahrscheinlich Ende Februar rauskommt. Zur Zeit wird das in Straßkirchen im Studio beim Fritz Rache und bei OIS Records aufgenommen. Und vielleicht zeigen wir uns ja auch mal die nächste Zeit bei einer fetzigen Veranstaltung. Wir freuen uns schon drauf. Führt euch. Servus, Eide, Kopf von der Burm.